Hallo, der Blindspektor hat auf euch ein Mikrofon und es geht weiter mit Let's Play Bastion. Ich hab, um ehrlich zu sein, gar nicht aufgehört, sondern wir machen jetzt direkt am Stück weiter, aber aus Partgründen und so weiter. Ich muss noch schauen, wie ich das zusammenschneide. Ich werde mich auf jeden Fall immer mal wieder verabschieden. Und das Spiel vielleicht heute noch durchspielen. Ich hab noch eine Menge Zeit. Jetzt landet er an der Intersection zwischen schlecht und schlecht. Das Arbeiterviertel. Da ist der Leichtlingsbau. Dann machen wir den mal als erstes. Ich hasse Leichtlinge. Ich hasse sie. Die sind viel zu schnell. Kriegsmachete. Ich habe in der Intersection nur ungefähr alles. Except for this. Es ist schnell, dass es zu schlafen und zu schlafen genug ist, um es zu schlafen. Ich glaube, mein Hammer gefällt mir besser. Aber den kann ich momentan wahrscheinlich nicht wieder ausrüsten. Hier kommen anscheinend unendlich viele Gegner raus. Interessant. Oh Gott. Ah, ich habe keine Spezialfähigkeit dabei. Beziehungsweise doch schon, aber keine schwarzen Dinger. Verreckt. Also. Leichtlinger Kuh. Diese rambunctische Schwurz können beendet werden. Okay, mit Kuh kann ich den anwenden. Keine Anweisung von Kuh hier. Leichtigt hat der Kind etwas für sein Problem. Okay, also damit ist Ende der Straße hier War recht kurz Ist genossen, beziehungsweise However War am Eingang nicht ein Brunnen Sehr schön erwischt Ja, hier war ein Brunnen Warum habe ich mich da von Anfang an nicht aufgefüllt So Okay, ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oben, rechts, unten Wir gehen unten lang Na wunderbar Einige Scumbags, die noch auf der Stadt Die sind einfach verschwunden Und da ist er Der älteste Scumbag von ihnen all Gershul Gershul Ich will ja nicht sagen, dass der Name irgendwie nach einer anderen Religion klingt, aber er tut's Die Scumbags ist nicht so viel für Gershuls' Sonne-Disposition Stirb, Gershul Okay, damit haben wir Gershul auch gesiegt Gibt's hier noch was? Alles zu erkunden Der Rest des Wegs ist gut gegangen Und seine Stadtgräste wird nicht zurückgebrochen Also langsam wird mein Finger müde Ah cool, ich kann auch so werfen Das wird dann intensiv Okay Gehen wir mal hier lang Ich glaube hier bin ich richtig Ich will aber eigentlich gar nicht richtig sein, um ehrlich zu sein Noch nicht Zerlump der Haube Ein verschmutztes Kleidungsstück, wie die Gaskerle tragen Gaskerle kümmerten sich früher um die Mienen, aber jetzt jagen beunruhigende Mengen von ihnen Beunruhigende Mengen von ihnen in den Lieberisten Blablabla, aber noch was? Oder so Stand da Er wird immer sagen, dass er sich besser seinen Schritt aufhören Oh, hier ist noch etwas Scharfes Ähm, wo geht's da lang? Ich muss hier außen rum Er geht zum Ostseite Wo Windbeutel die lokale Beutel zu halten Okay, gehen wir doch lieber mal erst nach Norden Weil Windbeutel sind neu Vielleicht ist es darum die richtige Gegend Und da ist es Aber es ist locker in einem Alloy-Kage Okay 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 Wow Chillt mal Und jetzt gibt es ein neues Marshal in der Stadt. Ich will ja schließlich alles in diesem Spiel gesehen haben und entdeckt haben und momentan konnte ich auch noch keine Ascheleute zerstören, vielleicht gibt es hier keine, aber kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Wo geht es hier unten lang? Ah, da ist jemand! Na, lasst mich in Ruhe, ihr Fischköpfe! Da unten ist nichts. Ich glaube, vielleicht gibt es in jedem, ja, immer zwei von diesen Aschetypen. Ich weiß, es ist ja nicht sicher. Aufwertungsmaterial für den Hammer. Aufwertung auswählen. 50% Schaden? Uh, nett. Oder 10% kritische Trefferschance. Ich nehme die Schaden. Kinder, wie meine Freunde, sind fit, um zu kämpfen. Ah, dafür sind diese Flaschen, okay. Dann habe ich noch etwas Sehniges. Zuggeschwindigkeit. Zieldurchschläge pro Schuss. Mit einer guten Länge von Miskat. Das Bow ist wie neu wieder. Und was haben wir noch? Ja, ich kann auch noch etwas anderes nehmen. Etwas Scharfes. Hm. So wird es auch. Hierfür brauche ich eine neue Waffe. Das kann ich mir momentan nicht leisten. Nicht genug Flaschen. Okay. Und damit haben wir die Schmiede auch entdeckt. Hi. Na. Du Arsch. Okay, der ist auch platt. Wieder mal Energie auffüllen, auch wenn ich es nicht brauche momentan. Vor allem, da es ja sowieso gleich vorbei sein sollte. Aber ich frage mich immer noch, gibt es hier wirklich nicht irgendwie noch so ein Dings? Noch so ein Weg? Ich meine, der eine war ja auch recht offensichtlich, finde ich. Nein, hier baut sich nichts auf. Oh. Ups. Also hier ist nichts. Ich gucke nur noch mal kurz nach. Das dauert nicht lang. Ist ja kein weiter Weg. Hier war auch nichts. Beziehungsweise da war schon mal was, aber das habe ich inzwischen schon aufgesammelt. Ähm. Plattform, Plattform, Plattform. Nein. Okay. Dementsprechend habe ich hier wohl wirklich alles entdeckt. Außer es ist wirklich extrem gut versteckt. Mal schauen. 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 Kern. He is the whole place grown, but is too tough to fall. Kier is ready to go and his ticket is right where he started. Okay, also wieder zum Eingang zurück und weg. He comes back just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument is calling for it. Kid does it again. Only fair, he decides what we build next. The windbags used to be alright. Then the calamity took the floor out from under him. Schmiede ist natürlich geil. Schmiede oder Destille. Bauen wir als nächstes mal die Destille. Neue Spiritus. Rettungsrumm. 10% kritische. Chance auf weitermachen nach Niederlage. Schadet an Feind bei einer Niederlage. 100% kritische Schelferschaust. Nur aktiv bei minus 33% Gesundheit. Zündhaftes, starke Biogeschwindigkeit bei der Verteidigung. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Den herzhaften Punsch. Wenn der Punsch so zeste, wird es dich durch die schlimmsten Zeiten führen. Und das war's wieder mal für diesen Part. Der Blindspektor war auf euch am Mikrofon und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald! Halt! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Ich bin schon! 000